Gibt es Probleme, Dr. Kane? Einen mächtigen Kampfkörper zu bauen, während er die Spezialfähigkeiten der letzten Reploiden zusammensammelt. Ein Kampfkörper? Zuerst dachte ich, Dr. Doppler würde versuchen, ihn für sich selbst zu schaffen. Aber die Information deutet darauf hin, dass er nicht fähig sein wird, mit ihm zu agieren. Also muss es für jemand anderes sein. Sigma? Wer denn sonst? Hallo? Kann er denn noch immer leben? Ein verstecktes Labor wurde aufgezeigt, und zwar am Punkt D. Es deutet alles darauf hin, dass das Dr. Dopplers verstecktes Labor ist. Ihr müsst da sofort hin! Ich bin auf dem Weg. Es wird Zeit, dass ich Sigma ein Ende bereite. Ach, wie unauffällig plötzlich kommt es aus dem Boden hervor. Ich gehe jetzt so jetzt die ganzen Stages durch und gucke mir an, ob ich noch irgendwo irgendwas finde oder irgendwas benötigen könnte, um irgendwas zu finden, wenn ihr versteht, was ich meine. Und nebenbei noch ein bisschen Energie sammeln. Ich probiere mal da aus, ob man da runter kann. Nur Leben habe ich. Zwei. Ja, da kann ich mal sterben. Kann man da runter? Nein, da kann man nicht runter. Okay. Nochmal. Ready? Pschuh. Go. Ja, wie man gerade wieder gehört hat, sind meine Übersetzungen da doch recht frei schnauzen. Aber ich hoffe, das stört niemanden. So, hier ist also nichts. Hier könnte was sein, wenn ich dann irgendwie fliegen könnte oder die Schwerkraft aussitze. Wie notiere ich mir das denn? Schwerkraft. Ja, ich möchte euch ja nicht langweilen, deswegen mache ich jetzt gleich weiter. Dann gibt es da drüben auch noch was. Hat auch was mit der Schwerkraft zu tun. Da oben scheint es sonst nichts zu geben, aber ich mache mal noch ein Mal. Mal drei Fragezeichen. Okay, hier kommt... Ach, der Zwischengegner. Den habe ich vergessen. Aber na ja. Hey. Hey. Geh doch einfach drauf. Ich habe dich doch jetzt schon ein paar Mal zerstört. Kannst du doch auch jetzt einfach kaputt gehen. Drei Schuss haben gefehlt. Yay. Komm, explodier schneller. Gib dir Energie. Ich will weiter. So. Ich hoffe, dass das nicht zu langweilig wird für den... Für euch, für die Zuschauer. Weil wäre ja halt ein bisschen... Wäre ja doch schon doof. Da gab es nur dieses... Den einen Herztank. Ja, da gibt es den Herztank. Deswegen gehe ich das Ganze nochmal schnell durch. Das ist ja schön, dass Luftschutz kommt auch nicht mehr. So, aber dann... Hier war Bit Byte Time. Sollten auch nicht mehr kommen. Schweb. So, dann geht es ja hier jetzt nach unten. Hier gab es... Hier sehe ich zumindest nichts. Ne, hier sehe ich nichts. Aber eventuell... Wenn ich von hier oben... Ne, hier gibt es nichts. Ach ja, hier wollte ich testen, ob es da oben was gibt. Aber da gibt es anscheinend nichts. Da bleibt mir dann... Nichts anderes übrig. Jetzt habe ich es mal geschafft, nicht zu schießen. Und hier oben gibt es auch nichts. Hier oben probiere ich es jetzt glaube ich zum dritten Mal. Ne, hier gibt es auch nichts. Dann sind wir hier glaube ich schon vor dem Boss. Okay. Also hier brauche ich irgendwie einen extra Schuss oder sowas. Dann gehen wir doch gleich mal ins nächste Level. Und zwar das hier. Das Eislevel. Damit haben wir auch angefangen, wenn ich mich noch recht entsinne. Mal sehen. Vielleicht können wir ja hier was auf Stauben jetzt. Hier zum Beispiel könnte etwas sein. Schwerkraft. Dann... Ah ja, schön. Hier können wir den Kampfläufer rufen. Und ich habe schon gesehen, da vorne waren irgendwelche Eisblöcke. Die kann man da bestimmt damit zerstören. Ich arbeite mich nach unten vor. So. Den haben wir noch kaputt. Und den auch noch. Und den noch. Und dann gehen wir hier durch. Und da gibt es einen Herztank. Schön. Und dann scheint es mir so, als müsste ich ihn stehen lassen. Kann ich jetzt eigentlich nochmal... Oh. Ja. Ja, okay. Ist vielleicht auch besser so. Ich wollte hier ausprobieren. Ich habe hier noch einen zweiten Roboter bekommen. Alter, fangen wir halt nochmal auf den Fahrrad an. Mein, ihr geht mir auf den Zeiger, ihr Viechers, ihr. So. Holen wir den nochmal. Ist hier ein komisches Geräusch. Und dann überspringen wir das. Der Bot rutscht anscheinend nicht. Nein. Okay, da oben gibt es nichts. Gut, hier muss ich ihn dann stehen lassen. Hier gab es Energie. Gibt es hier sonst noch was? Außer aufs Maul. Ne. Dann. Sehen wir doch mal nach. Dann möchte ich noch nicht runter. Ich möchte nämlich den in die hier. Und jetzt möchte ich hier runter. Zwischenboss. Gab es hier einen Zwischenboss? Ich glaube nicht. Der Raum hier war, glaube ich, leer. Ja, der war leer. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht vielleicht noch irgendwas finden hier in dem Leben. Wo ist hier jetzt dunkel? War hier schon immer dunkel? Hier war noch nicht schon immer dunkel, oder? Hier habe ich schon ausprobiert. Hier habe ich schon ausprobiert. Hier ging es tatsächlich nach unten, ja. Kann man da vielleicht mit dem Ohr? Nee. Gibt es noch weiter runter? Auch nicht. Hm. Dann schreibe ich mir mal schnell auf. Superbasta. Vielleicht gibt es ja jetzt trotzdem irgendwas. Trotzdem. Mit D. Trotzdem. Hier gibt es nochmal Energie. Da gibt es einen Energietank. Wie komme ich da dran? Okay. Hier brauche ich auch irgendwas mit Schwerkraft. Ja, Entschuldigung, dass er gerade steht, aber ich brauche halt eine Hand zum Schreiben. Jetzt möchte ich ja auch mal wissen, was da unten ist. Da, wo es der heftige Wind war. Vielleicht komme ich auch so dran. Wenn ich einfach nur schnell genug bin. Denn jetzt könnte ich doch da dran kommen. Oder nicht? Da war auch was. Nee, so komme ich nicht dran. Aber warum kann ich dann das Ding hier ausschalten, wenn es keinen Nutzen hat? Ich will da hoch. Lass mich doch hoch. Oh, das hat doch geklappt. Okay, hier oben ist nichts. Aber hier ist eine Kapsel. Eine Kapsel. Ich habe eine Kapsel gefunden. Wenn du da vorne bist, dann kannst du da schauen. Dann kannst du hier in der Luft. Ich habe eine Kapsel. Was ist das Ding, das ich da gemeint habe? Oh, sieht das süß aus. Oh, ich glaube, jetzt sterbe ich erst mal. Wie kann ich denn... Okay, so kann ich nach oben döschen. Damit hätten wir den vierten Energietank. Und jetzt... Das war also das zweite Mal Schwerkraft hier. Kann ich also schon wieder streichen. Schön. Game over. Komm, ich riskiere es. Ich gehe noch mal zurück. Danke. 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 Danke.